Shiro, Tsuri, Omosako, Nisai, 43 cm weitlich. Der hat sich sehr gut entwickelt, hat Motoguro in beiden geflossen. Sehr schönes Sumi, gutes Shiroi. Ich glaube nicht, dass der zuzieht, also da werden manche wieder unten. Ich glaube nicht, dass das alles zuzieht. Gute Hautqualität auch, also Omosako typisch. Ein schöner langer Kopf, auch hier bis Mai 50 cm, absolut realistisch. Endmaß plus 75 cm hier, kann 80 cm schaffen, hat einen langen Kopf. Auch den haben wir als Borsai gekauft. Das ist eine gute Idee.